also ich schalte mal auf 10 punkts geta oder sechs man aber kein sticky jetzt schon gar nicht schlecht der schon profit wer jetzt bin der schon mehr als profit muss man okay ich war gestern abend da tatsächlich noch mal im mario casino ja war so ein anderer süchtiger der wollte unbedingt hingehen ich kann wieder mal mehr mystery dinger oh shit das ist ein sticky ding man Dieser Sticky Multi, den brauchst du halt wirklich, ne, glaub ich Mein Geld wieder, oh nein, oh nein Geh mir den Sticky Early jetzt, komm Ja, da ist der Junge, der ist schon wieder Profit, Junge, das geht ab Der bleibt jetzt auch immer ein Wald, das immer ein Multinock gibt, das ist schon geil Ich stehe nix drauf, vielleicht sogar irgendwann höher Komm jetzt Maxwin, viele Mystery Dinger, komm Ja, komm, keine Mystery, ne Wir machen jetzt ein richtig geiles Setup hier Komm mal, gehen wir nochmal, so viele Mystery Scheiße Ah, nicht scannen Oh nein, Multinock? Ball 30? Okay Komm, gib mir doch erzählen, wo sind sie denn? Ja, da, nice, komm, weiß, ganz viele Ah, das waren nicht viele, da war mit viel Schrott dabei Die Gold nochmal Ja, Mystery, Holz Fuck Mehr rote Flaschen, brauchen wir auch noch, ja Rote Flasche? Nee So, jetzt kommt nix mehr, schade Oh, 50, komm mal Nein, was ist das? Drei werden Queens, what the fuck? Was ist das? Das ist das Gute, weil da hätten wir drei, hat sich ein Queens, drei von denen gebraucht, dann wäre es geil gewesen Jetzt aber letzter, komm, Full Bild Immerhin nochmal, hier am Ende Immerhin nochmal, hier am Ende vorbei Ja gut Ja gut, 1700 Euro Ich würde sagen, so schlecht ist es noch gar nicht Oh, die Spiele sind okay Jetzt müssen wir natürlich wieder ein Bad Reis höher geben, nochmal glauben Jetzt werden wir gescammt Jetzt werden wir gescammt Guck mal, Sticky Ding Nein Kein fucking Sticky Mann Das ist doch schon wieder fast Profit Im ersten Spin Das ist doch wieder Das ist doch wieder Profit Im ersten Spin Das ist doch wieder Dickey Ja, nein Ja, nein Komm Komm Da hat er Mist durchschickt Das ist Ich Da brauchen wir so 10 oh komm mal ja das gut war leider kein multi gepusht aber dafür noch jetzt immer wieder alle alle findet ihr junge war alles geklärt junge ja ja nur das ist der bett reiz money glitsch genauer 800 weiß nicht warum ich fühle ich fühle das doch ja also wirklich fühle ich das und in ja aber der fünfzehner nur aber immerhin ich hab sogar gefühlt Ich habe nur 20 Cent, aber immerhin kann man nochmal einen Nachwahl, ich fülle nochmal. Ich fülle nämlich hier den 57 Kai. Haben die die Bettseite verringert? Kommt, Rot! Jetzt schon mit Lenie. Kann man nicht mehr höher spielen? Haben die das auf 5 Euro abgeriegelt oder was? Ne, ich konnte auch nicht auf Minus drücken. Und Premium und Hot Mode. Keine Ahnung, oder egal, Double Red, easy. Easy, komm, Double Red. Ah, da war es doch. Hopp! Da war 500, okay. Wo war das letzte, Junge? Rot! Hoch! Pyramide! Irgendwas. Das ist ein Schwein. Wo sind die Roten? Oh nein, nur noch Blau, bitte, bitte, bitte! Ah, fuck! Drücken wir nicht viel. Nur noch 4 Spins. Ah! Ah, Mann! 2 Bücher, komm! 2 Bücher, komm! 4er! Ja, nice! Okay! Bücher! Ah, der ist noch weh'n Bücher! Ah, 4er nochmal! Ja, Alter, schau mal, ist aufgeladen ein bisschen! Rättel! Okay, ich bin einfach Profe, jetzt kann ich höher gehen, ne? Oh, Mann! Okay, ich bin weg, das ist ja so gelten, oh, die shit! Wir brauchen nur die Herzen, ne? Ja, und Herzen voll, okay! Ich sehe Potenzial, ein kleines bisschen. Wir haben nicht sehr viele Saps. Ah, Mann, nur die 10er waren. Das ist ein geiler Hit, Mann! Oder nochmal Multi drauf und dann nix! Das wär krank! Und nochmal 5x drauf, Junge! Komm! Naaah! Der hittet nicht, oder? Da ist die Connection nicht da, Mann! Das wär halt Dicke! Hier durchziehen hier! Komm! Naaah, what the fuck! Nimm mich halt wieder, Mann! Ja, toll, der Rien Name! Jetzt erst bin ich nacht, F***dich! Nur Herzen! Oh! Ja! Oh, da ist noch ein Multi drauf, aber der ist gut! Der ist gut! Okay! Nice! Oh, da ist noch 5x Multi drauf, wer ist was Max wenn? Wenn der Frage zeigt, was er jetzt gemacht hätte! Okay! Oh, da war's! Machen wir auf jeden Fall ne Röffel! Okay, Womori! Fuck this! Is usually never get to return, I don't know what's wrong today! 5x ersten Spiele, ja toll! Das war kein schlechter Putschie, ja! Was bin! Fuck! Okay, er ist Schrott! I think this is a very bad one! Okay, immerhin! Ja, ganz seltsam! Ne, aber jetzt ist kein so richtig schlechter Bonus dabei! Ein paar gute! Ganz seltsam! Komm, jetzt machen wir was! Herzen! Oh mein Gott! Wir haben einen kleinen Hithammer! Komm, jetzt bitte herzen! Lad auf! Oder ein dicker Hit! Herzen oder dicker Hit! Oh, wir haben den nicht connect! Ja, auch jetzt nein! 5x Herzen! Wohli! Shit! Und wir haben eine connection hier! Der Daumen, wir haben wieder Jackpot jetzt ne? Nice! Okay! Okay! Und man wird ein Junge mit dem Multi! Junge, please! Ein Multi da drauf! Und dann einmal hinten! Komm, Multi! Na, aber jetzt ne? Okay! Ich nehme das eine her! Komm, mach was dicker! Ah, nicht verbunden! Warum sind die nicht verbunden, Junge? Holy shit! Komm, mach was dicker! Oh, der kann wachsen machen jetzt! Nein! Warum ist das nicht verbunden? Das hier! Eine Verbindung! Wir werden mal durch! Wir zahlen der! Mal 350! 12! Das werden 5k fast! Oh, der tut weh! Aber wir haben noch 5 Herzen! Komm! Na, kann der jetzt den Junge! Okay! Okay! Immerhin! Immerhin! Es war nur ein kleiner Daumen-Hit, aber die nehme ich! Den nehme ich! Den nehme ich! Den sind 700! Komm, jetzt nochmal Fragezeichen! Äh, Fragezeichen! Ah, den nehme ich nicht! Gib dir ein Hit noch! Ein Hit noch! Oh! Oh, jetzt sind viele 10er! Nein! Nein! Und die haben wir auch noch! Boom! Oh, shit! Nice! Let's go! What the fuck? Ich bin aber noch! Und Max, wenn jetzt rein! Komm, Max, wenn's bin! Nein! Die Daumen haben wir nicht verbunden! Aber wir haben noch mal die Blätter! Noch mal 500! Nice! Wie der Rand! Ah, die freuen sich! Heilige! So, wir machen jetzt hier! Ja, da gehen noch Dinge! Ja, da gehen noch Dinge! Ja, wo ist es possible? 3k, wir run! We join this game with 3k! We leave with 3k! Or pick! Ach, komm mal! Fuck! Der nicht hitten kann, ich verstehe es nicht! Denix! Denix! Nein! Ach, da wären sogar gute Wege gewesen! Nee, der ist auch Ripp! 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 Der ist auch nichts mehr! Der ist ja eigentlich nichts multi, da gehen wir so auf den Sack! Der ist auch Ripp! Der ist auch Ripp! Der ist auch Ripp! Der ist auch mit den Sack, aber nicht möglich! Der ist auch voll drin! Der ist auch Ripp! Und wenn du deswegen auch zu einem unseren Ausgang haben, mal jetzt gut oder jetzt gut jetzt sehr gut okay nice this actually fucking safe okay easy okay that's how you can pay though nice okay my balance easy und da ist der boden auf dem 20er ja guck mal und jetzt 100 los kommt jetzt kein scam ok bisschen mehr als was nein doch mag nur die noch einer mehr als 5k gewinnt einmal 15 mehr kommt da leider nicht